Liebe Jakun, hier ist der Bashi. Weltpremiere in Basel. Dein erster Film. Mega stolz. Du hast es super geil gemacht. Ich habe ihn auch schon gesehen. Philipp auch. Rebelling. Es ist unglaublich. Es sind mehr Leute hier, als man erwartet hätte. Ich bin sehr glücklich, dass es Le Diablere gibt. Ich bin sehr glücklich, dass es noch viele gibt. Es ist ein bisschen heiss, aber immerhin auch Spezialbegleitung. Guacamole! The Star of the Movie. Mal schauen, es wird sicher toll mit so einer Starbesetzung gehen. Jetzt haben wir den Böschen Petrine von Swissmeme. Ich denke, es geht gerade den Film 20 Regeln für Silvi. Ich hoffe, der Film wird gut. Ja, viel Erfolg vom Regisseur natürlich. Ich müsste stolz sein auf das, was heute passiert. Aber ich habe eigentlich erst so gegen Feuer oben festgestellt, was da abgeht. Super Stimmung, super Wetter. Wobei das Kino braucht es ja kein schönes Wetter. Es ist sehr cool hier. Mega viele Leute und es macht mega viel Spass. Ich freue mich auf den Film. Ich erhoffe vom Mittagern Abend, dass die Leute lachen, dass sie Spass am Film haben, dass sie mit einem Lächeln rauskommen. Wir haben uns selber dabei gesehen. Er hat gewisse Support gemacht. Die Kocheteam. Und wir haben Schauspieler bekommen. Und deshalb... Glück, es ist richtig schön, überall. Ich meine, mich erkennt man halt in Basel. Es ist nicht neu. Seine Favoriten. Was ist die Mitte der Bote? Es war sehr erfrischend und unvorhersehbar. Er ist der Hammer, der absolute Hammer. Es muss ihn jeder sehen. Erfrischend und schweizerisch. Originell und überraschend. Es ist sicher einer der wenigen Schweizer Filme, die ich zweimal gesehen habe. Gratulation. Die Junge da mit Kamera gemacht. Großartige Einstellungen. Gutes Team. Fantastisch. Großartiger Film. Sehr unterhaltsam. Sehr lustig. Die Junge. Die Junge haben mich nicht in Berlin. Die Junge. Die Junge haben mich nicht in Berlin. speakonierend. . Dich sind die Jungs schon wieder. und das ist die Jugend.